Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Guide von The Last Fate und diesmal machen wir alle drei Endings in einem Spieldurchgang und dazu müssen wir auf jeden Fall Lady Annika Quest vorher machen, um das wirklich alles in einem Durchgang erledigen zu können. Ich zeige euch heute wie das Ganze funktioniert, lasst also gerne ein Däumchen hoch da und klickt auch gerne ein Abo rein, denn bei mir im Kanal gibt es ja immer die neuesten Guides zu den neuesten Spielen und natürlich auch alles zu The Last Fate, was ihr wissen müsst und dann starten wir erstmal durch. Wir finden jetzt nämlich erstmal Lady Annika und dazu gehen wir einmal hier an den Checkpoint und teleportieren uns dann einmal hier rüber in die Stadt und da müssen wir eben starten, hier im Bezirk Mündringal und da geht es eigentlich los. Hier in der Stadt können wir nämlich dann Lady Annika finden, ganz wichtig ist, dass ihr vorher natürlich den Enterhaken schon geholt habt, denn sonst kommt ihr da nicht hin und ihr erinnert euch mit Sicherheit an das Fenster, wo so ein paar Stimmen waren. Ja und genau dahinter können wir jetzt kommen in den Raum, um Lady Annika zu holen. Also einmal hier hoch und dann können wir uns hier eben mit dem Enterhaken einmal hochschießen und dann hier schon mal eine Notiz mitnehmen, die schnappen wir uns natürlich und dann können wir weitergehen und eben Lady Annika finden. Das Ganze ist hier natürlich aus meiner Komplettlösung rausgeschnitten, die 100% Guide-Lösung findet ihr natürlich im Kanal. Das Ganze findet in Teil 4 statt, falls ihr euch da nochmal reinklicken möchtet, um das Ganze ein bisschen noch genauer zu haben, dann könnt ihr euch da reinklicken. Ja, wenn wir hier oben auf dem Dach sind, können wir hier natürlich erstmal den Bereich erforschen. Im Endeffekt müssen wir hier aber nicht unbedingt hin, sondern wir gehen gleich wieder zurück und schnappen uns dann eben die Lady Annika. Also hier einmal links entlang vom Dach wieder runter. Hier war erstmal nur mal, um zu gucken, ob wir hier wirklich lang müssen. Es ist aber nicht der Fall, denn um um das Fenster zu kommen, müssen wir hier einmal rüber. Da hinten ist nämlich der MPC und da gehen wir einfach von hier aus links durch und kommen dann hier bei dem Aufzug raus. Und von hier aus gehen wir dann links weiter und gehen dann hier einmal die Treppe hoch. Die Leiter, die klettern wir einmal hier hoch und dann können wir hier links in den Bereich lang gehen. Und dann kommen wir nämlich zu der Passage, wo wir ja auch am Fenster schon solche Stimmen gehört haben. Da müssen wir eben einmal hin, um die Lady Annika zu finden. Nämlich einmal hier durch und dann ist da oben der Partner die Stimmen. Und hier unten im Haus können wir uns jetzt einmal hochschießen und dann hier die Leiter benutzen. Und da hinten steht die gute Lady. Sie erzählt euch, dass sie ja gerne mal wieder tanzen würde. Und ihre Quest müssen wir jetzt natürlich erfüllen, um überhaupt erstmal an das True Ending dran zu kommen. Das ist ein bisschen tricky, deswegen hat es viel mit dieser Quest von Lady Annika zu tun. Und die müssen wir auf jeden Fall erstmal einmal finden, um hier überhaupt an das True Ending dran zu kommen. Also einmal mit ihr reden und sie sagt euch dann, dass ihr eben ins Hotel kommt, quasi in das Herrenhaus ganz am Anfang. Und da teleportieren wir uns dann einmal hin und können mit ihr reden. Ansonsten spielt ihr erstmal weiter, bis ihr hier in die Stadt S kommt, so heißt sie glaube ich. Und hier in der Stadt könnt ihr natürlich das Gespräch mit Lisa haben, Stadt Erlim, so heißt sie. Und hier findet ihr dann noch einen versteckten NPC. Und den brauchen wir, wir gehen nämlich einmal hier unten lang, einmal hier rechts und dann kommt ihr hier in den Raum zu diesen Schlangen einmal rein. Und da unten gibt es dann so ein NPC, so eine mysteriöse Tante mit vielen Gesichtern und da müssen wir eben einmal hin. Sie sagt dann nämlich quasi, wo wir tanzen können. Das Ganze ist hier auf der Karte, also einmal runter, der gelbe Bereich, Stadt Erlim und schnappen wir uns hier noch die Notiz. Hier unten gibt es außerdem noch ein paar Kisten mit Erfahrungspunkten. Hier ist das Ganze auf der Karte zu finden. Also da können wir dann auch hier den NPC finden. Der ist nämlich hier rechts, sprechen mit der Markteimer komplett durch. Und damit ist theoretisch die Quest schon erledigt. Wir können nämlich jetzt zurück ins Herrenhaus gehen, das Ganze der Annika erzählen, bekommen dann auch ihre Quest-Trophäe und haben somit schon mal den größten Teil der Aufgabe erledigt, um wirklich später das True Ending zu bekommen. Also einmal mit Annika reden, alle Szenen durchsprechen und dann haben wir schon die Trophäe. Und weiter geht es dann im Endeffekt, dass ihr wieder runter zu dieser Markt geht, wo wir eben gerade waren. Und dort könnt ihr dann, wenn ihr die Quest mit Annika erledigt habt, könnt ihr dann einen Gegenstand für 10.000 Erfahrungspunkte kaufen, den wir dann benutzen können, um mit Toten zu sprechen. Also wenn ihr hier vom Schloss aus, beziehungsweise hier vom Herrenhaus aus startet, könnt ihr hier einfach nach rechts lang gehen. Das geht dann ganz gut, seid ihr dann wieder direkt in der Stadt Erlim und hier können wir dann wieder unten lang gehen und gehen jetzt wieder quasi zu der Markt einmal hin und sprechen dann mit ihr. Hier unten findet ihr die nochmal auf der Karte gezeigt und hier könnt ihr eben den Gegenstand für 10.000 kaufen. Den braucht ihr unbedingt, damit ihr das True Ending bekommt. Das verleiht uns nämlich die Fähigkeit mit Geistern zu reden. Ja, und das brauchen wir auf jeden Fall. Spielt dann erstmal weiter, bis ihr hier im Schneegebiet ziemlich weit oben seid in diesem Dorf. Und hier können wir dann ja das erste Mal so einen Geheimgang finden, der uns dann tatsächlich zu diesem Geist weiterleitet. Dazu müsst ihr einfach nur ja hier in das Haus gehen, also da wo quasi hier hinten das Ende ist und ihr dann nicht mehr weiter könnt, geht ihr einmal in das Haus rein und hier in dem Haus geht ihr nach unten. Hier unten gibt es dann noch ein paar Gegner, die macht ihr eben schnell platt und geht dann einmal hier komplett durch und passt ein bisschen auf auf diesen Teleportationstyp. Und ja Freunde, dann gehen wir eben einmal weiter. Achtung noch, es wird natürlich hier Spoiler geben zu dem Ending und zum letzten Boss auch und zu einem geheimen Secret Boss, das nochmal an der Stelle erwähnt. Und von hier aus gehen wir links entlang und hier ist es so, dass wir hier so eine kleine Challenge haben. Da machen wir natürlich erstmal die Gegner platt und dann im Endeffekt gehen wir natürlich hier einmal durch, rasieren die alle weg und haben dann diese Challenge hier erledigt. Dann gehen natürlich hier wieder die Türen auf und wir können dann entsprechend weitergehen. Klatscht ihr also erstmal um, sollte eigentlich kein Thema sein und dann gehen wir hier entsprechend einmal durch. Und hier links sind so ein paar Boxen mit Erfahrungspunkten, aber ihr könnt hier hinten die Wand aufmachen und dann können wir hier so einen Spiegel finden. Ja, der Spiegel bringt uns natürlich wieder zurück in das Esk Herrenhaus und hier gibt es eben ja ein NPC, außerdem noch einen Ungeborenen. Den können wir natürlich auch noch mitnehmen, ist immer wichtig für die anderen Quests noch, den schnappen wir uns natürlich auch. Und jetzt kommen wir hier raus, wo eben die verschlossene Tür war und da ist eben hier so ein Geist. Und jetzt brauchen wir diesen Gegenstand für 10.000, damit wir mit dem Geist hier reden können. Wenn wir den haben, können wir sie eben einmal ansprechen und sie erzählt uns dann so ein bisschen was und mit ihr ist quasi das True Ending verbunden. Das können wir aber nicht ganz am Anfang holen, das können wir erst holen, wenn wir alle anderen Endings haben. Aber sprecht auf jeden Fall schon mal ganz am Anfang mit ihr hier drüber, auch wenn ihr noch nicht beim Endboss seid. Und folgt dann diesen Totenschädeln hier, den müssen wir einmal folgen. Bevor ihr jetzt weitergeht, schnappt euch ruhig noch hier hinten im Geheimgang das Wappen. Und das ist auch noch später ganz wichtig, jetzt nicht unbedingt fürs Ending, aber für eine andere Trophäe. Nehmt das gerne hier mit und dann gehen wir einmal hier links entlang. Schnappt euch diesen Weg mit den Geistern hier einmal hinter den Geistern komplett hinterherlaufen. Und das Ganze führt zu einem geheimen Boss. Also Achtung Spoiler, hier kommt jetzt gleich ein Boss, den ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Einmal hier komplett langlaufen und ihr seht, die Totenköpfe führen euch immer weiter. Und ihr könnt hier dann links einmal rüberspringen. Ihr braucht natürlich schon den Doppelsprung natürlich. Und dann geht ihr hier einmal komplett durch. Da seht ihr dann wieder den Geist, könnt dann einmal hier hochgehen. Und hier oben kommen wir dann in den Bereich Turm der Hydra. Und hier fängt jetzt eben ein Bosskampf an gegen vier Hydras. Und ja, oder ein Hydra mit vier Köpfen, wer weiß. Den müsst ihr dann natürlich besiegen, den Boss müsst ihr einmal platt machen. Und wenn ihr das Ganze dann hier erledigt habt, kommt so eine kleine Cutscene. Ihr kriegt natürlich außerdem eine Trophäe dafür, dass ihr den Bossblatt gemacht habt und habt den Albtraum entfernt. Ja, jetzt kommt so eine kleine Cutscene, die euch ja quasi zeigt mit einem älteren Herren in dem Stuhl gegenüber sitzt. Und ihr bekommt hier sein Auge. Insgesamt gibt es zwei Augen, die wir dann für das True Ending brauchen. Und das linkes Auge nehmen wir hier natürlich einmal mit. Somit haben wir den ersten Part schon mal erledigt, Freunde. Jetzt müsst ihr erstmal komplett weiterspielen, bis ihr beim Endboss seid. Also wirklich den letzten Abschnitt im gesamten Spiel. Und Achtung, jetzt kommen natürlich auch ein paar Spoiler. Denn wenn ihr hier ganz am Ende seid, habt ihr hier ja noch den Checkpoint. Und dann könnt ihr hier einmal nach rechts gehen und dann auf diese zwei Zwillinge hier treffen, die eben das Ende einläuten. Jetzt gibt es bei den Zwillingen eine Entscheidung zu treffen und da müssen wir jetzt wie folgt vorgehen. Hier können wir nämlich jetzt schon mal zwei Endings freischalten. Wir gehen nämlich einmal hier zu den Zwillingen hin und im Endeffekt ist es so, dass wir hier mit ihnen das Gespräch starten und sie uns dann fragen, wie wir hier verfahren möchten. Hier kommt es nämlich jetzt dazu, dass ihr euch entscheiden müsst, entweder den Thron annehmen oder ablehnen. Ich würde euch empfehlen, am Anfang erstmal den Thron anzunehmen, um das erste Ending freizuschalten. Wie gesagt, ihr könnt dann auch noch beide anderen Endings freischalten, indem ihr das Spiel einfach wieder startet, quasi von eurem letzten Ladepunkt. Das funktioniert tatsächlich ganz easy. Ihr braucht nicht ein New Game Plus oder irgendwas. Also einfach hier erstmal den Thron annehmen, um das erste Ending freizuschalten, um dann die Gold Trophäe zu haben und schon mal den Abspann zu sehen. Haben wir uns den Abspann reingezogen, dann laden wir natürlich einfach wieder das Spiel, machen hier weiter, gehen nochmal zu den zwei Zwillingen und wählen dann natürlich aus, dass wir den Thron ablehnen. Den Thron lehnen wir dann ab, das heißt danach kommt es zum Kampf mit den beiden. Und ja, die sind schon ziemlich kräftig, muss man ehrlich sagen, die sind schon echt nicht von schlechten Eltern, die zwei und machen ordentlich Damage. Aber wenn ihr sie dann besiegt habt, bekommt ihr quasi das nächste Ending, das zweite Ending und danach könnt ihr dann tatsächlich auch erst das True Ending holen. Also macht hier die beiden platt, holt euch das zweite Ending und ihr seht schon, die hauen ordentlich rein, die Viecher. Aber wenn ihr sie erledigt habt, bekommt ihr natürlich auch nochmal eine extra Trophäe für das Ending und dafür, dass ihr hier den Boss platt gemacht habt, kommt natürlich auch wieder eine kleine Cutscene und das Ganze ist dann wieder vorbei. So, dann sind wir natürlich wieder hier im Menü, starten also einfach wieder das Spiel und laden unseren Spielstand, um dann quasi das dritte und zwar das True Ending freizuschalten. Und das machen wir wie folgt, wir kommen dann nämlich wieder hier raus und jetzt gehen wir nicht zu diesen zwei Zwillingen. Wie gesagt, die ersten beiden Enden müsst ihr freigeschaltet haben und das eine Auge schon haben. Und jetzt können wir uns eben, ja, das zweite Auge holen, indem wir hier zum Checkpoint gehen, dann einmal auf Reisen klicken und dann gehen wir hier runter. Hier unten einmal hin, Ufer des Mondschattensees und da müssen wir einmal entlang, um hier quasi, ja, das nächste Auge zu holen. Hier ist das nämlich das Ganze und hier könnt ihr das nochmal sehen, da gibt es so einen kleinen Geheimgang, der dahin führt, da von dem türkisenen Bereich aus, müsst ihr da gegen die Wand schlagen. Und im Endeffekt folgt ihr hier wieder den Totenköpfen und geht dann einmal hier komplett durch und hier hinten ist dann nämlich so eine Tür freigeschaltet. Da könnt ihr nämlich jetzt einmal durchgehen und könnt hier dann die junge Dame hier treffen und hier einmal hoch und hier hinten ist dann eine geheime Kiste, die wir dann einmal aufmachen und dann bekommen wir das andere Auge. Das nehmen wir dann auch einmal mit, hier gibt es jetzt ansonsten nichts, das heißt wir können uns jetzt das True Ending holen, indem wir halt beide Augen haben und dazu gehen wir jetzt einfach wieder zurück zu den beiden Zwillingen und bekämpfen sie dann nochmal erneut. Wir müssen sie dann also nochmal besiegen und im Endeffekt, wenn wir das dann auch gemacht haben, seht ihr dann das True Ending und damit ist das Ding erledigt. Alle Endings sind freigeschaltet, reist jetzt hier einfach zurück wieder zum Checkpoint quasi vor den beiden Zwillingen und von dort aus gehen wir wieder hin und bekämpfen sie wieder, müssen sie jetzt wieder einmal besiegen und danach seht ihr das True Ending, habt dann quasi alle Enden freigeschaltet und im Endeffekt ja auch, lasst mich kurz nachrechnen, vier Trophäen erhalten quasi für die drei Endings und dafür, dass ihr den Boss besiegt habt und so funktioniert das Ganze, Freunde. Euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Kampf und schaut gerne mal im Kanal vorbei, da gibt es nicht noch The Last Fate, viele Guides, die euch helfen können, wirklich alle Trophäen zu bekommen und vor allem alle versteckten Bossgegner und auch Gegenstände, alle Waffen und so weiter, das werdet ihr alles im Kanal finden, klickt euch da gerne mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr mit einem Däumchen das Video nach oben pusht und wir hören uns beim nächsten Mal, bis denn Leute, macht's gut, adios und ciao ciao.